ein moin herz willkommen zu diesem video im zweiten herz baustellator mit mir lieben topfi allöchen und jg mal vorab bevor wir kurz was diskutieren leute es tut mir leid dass freitag keine folge kam dass die erst am sonntag hier kommt weil freitag ich vergessen habe irgendwie ist ein fehler unterlocken und ich muss die datei wegwerfen sagen wir so oder auch oder auch man nimmt sie vielleicht auch vergessen die aufnahmetaste zu drücken was ich gehe eher davon aus dass muss ich die datei wegschmeißen gut wir müssen auch hier das eine palette runterladen also ja beim letzten mal hat den fehler ja behoben auf screen beim letzten mal lag der fehler daran mit dem auto beladen stimmt irgendwas nicht und ja dadurch hing die palette hier unten drin und dadurch wurden die nicht richtig erkannt woher tankstelle auf tanke und ich mach das war nur kurz ja der war ziemlich auf ebene da dürfte eigentlich so roten bereich spüren lassen gar kein bereich mehr job was passiert denn dann wie mache ich dir dran immer noch mit jasper dann fragt doch einfach nicht vielleicht hat man sich das verändern da ist ja je war ja aussteigen ich wollte ja auch die ja so mit g kann man auch wieder einsteigen der lehrt hast du was die last habt ihr ging nur so als info oder auch genannt a am controller auspacken was das macht er ja auspacken aber dann macht er aber sich schon viel spaß das ist geil plattenfundament gießen ich tippe auf wir brauchen betonmischer und ich kümmer mich mal darum dass der hier nicht mehr anzeigt sondern voll geben wir den betonmischer holen ja glaube ich kümmere mich da nicht mehr darum habe ich irgendwie das gefühl das betonmischer betonpumpe mieten ja die reise muss jetzt leider in kauf nehmen einsteigen was sind das zwei fahrzeuge ich kann schon zum ort oder dankes voll das hat 500 euro gekostet dinge wie war das noch mal mit welcher tasse ag markieren okay also warte wo ist denn das beim bauhof gell äh beton beim kieswerk ähm wo ist das getrunken kieswerk denn jetzt ähm achta machhaft das hat gerade elegant neun tausend euro gekostet den zu reparieren ja ja neun tausend euro guten abzug ach doch doch da ach so aber sie direkt mit einer rote apel sorgi na nein digga da ich den ganzen sommer zu vergessen ja ich frage mich gerade wie kann man aaaah oh einfach nur gas geben dann fährst du jockey aaaah okay das ist ja mega nice gemacht okay IDS ne nicht da vollfosten weh mir aus dem weg sonst vox ich weg weg hier weg da oh oh weg für's auto oh aha aug nick und vor sich auto hey du hast den rüssel ausgefahren denn jetzt sowas von kalt ist klar der baum ich muss hier an so es ist zwar ein langes gerät aber naja ich hab das eine gute position ist glaube ich muss noch ein bisschen wir sind erst bei 27 prozent so jetzt jetzt bin ich in der position muss auch aufklappen und nicht immer weiter vorfahren das ist falsch naja da muss es manchmal nicht verstehen der hat die bücher eingefahren stützen sind blockiert das ist voll unfair das ging doch ich denke da muss hinter dir auch noch dran kommen muss ne ja deshalb fahr ich ja hier so aber jetzt aber komm jetzt ich will mich doch jetzt nicht hat das gerade 17.000 Euro kostet die Kiste voll zu machen nein ich hab vor das jetzt so wie im 15er ich kann es halt einfach zwölf Baustellen ach der muss da stützen sind blockiert weißt du ich fahr hier hin ich fahr dann jetzt über die hoffentlich komme ich da ran wir hatten 59 Kilometer Arm auf dem Rücken und beide zwölf Metern 59 Kilometer ah ja gut gut Fabi du bist du bist Prämiomaschine naja gut du musst den Modus wechseln ich hab doch drück mal Tab eigentlich mal Tab drücken warte 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 oh ich jetzt war es gut du sagst mir Tab nichts von Tab der klappt die ganze Zeit die Kiste auf und zu ja zwei vertreibe ja der weiße Punkt ist da wo du gerade bist hier ist noch weiter ausfahren ja genau hier hier ach perfekt ich brauche Beton ja erziehe ist doch schon fast da oh oh Ja. Hier ist ein Fan. Gut. Der gute Betonmischer hier. Was? Wollte in die Leitplanke gesammelt. Dacht er ja, das hätte keiner gesehen. Ja. Hätte schon gehofft. So kommt man keine Strafe, wenn man so fährt. Ja, aber auch nicht immer. Boah, es geht nur auf dem Fahrrad rüber. Wenn man weit genug im Gegenverkehr fährt, dann brauchst du auch unten. Toll. Man braucht Unfälle und man bekommt den Stau. Wird alles mitgenommen. Ja. Wenn es was möglich ist, wird hier möglich gemacht. Alles bis rein. Hammergeil Baustoffhandel. Ah ja. Ich hoffe, ein LKW voll reicht. Ich denke schon. Safe nicht. Oh, oder? Bei dem Teer verbrauchen. Mh. 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 das ist Polar kommt bald aus manchmal Controller ist mega easy aber überall benutzen Oh! Weiß die Scheiße rein! A-da! Gerne! Sehr gut! So! Welche Taste ist denn das jetzt? Vielleicht F? Vielleicht F? Leertaste, oder F? Oder... ... ... Sonst Hub mit F1... Jaja... Achso, stimmt, bei F, ja. Na, auf geht's. Wie kann ich jetzt die Scheiße anlassen? Guck bei F. Gießen an. Aha. Warte, warte. Warte. Hat das voll im Griff. Ach, das wird vielleicht was. Ich glaub's nicht. Bist du schon leer? Na, ne. Ne, halb. Ne, drei Viertel. Na ja, wir wussten so die Fläche nicht. Aber hier schwimmt der Beton viel schöner. Ja. Der sieht auch so betonmäßig aus. Ach doch, reicht eine Ecke. Ja, jetzt ist fertig. Geil. Oh. Moment. Ja, man. Gar nicht. Oder? Digga, ich steig nur noch aus. Aha. Leeren. 4.000 Euro. Ja, oder müssen wir nochmal Beton machen? Weiß ich nicht. Äh, Jobs. Haus. Deckenbau. Deckenbau. Hau zu laut, ich komme mit. Betonierung. Doch, wir müssen nochmal. Höh. So. Ich kann da hinsteigen. Ah. So. Ich bin gedreht. So weit brauche Paletten und Baugerüst. Du hast auch schon irgendwas mal nicht im Voraus gekauft. Ich habe alles schon im Voraus gekauft. Was musst du hier machen, Nelson? Äh. Einladen. Was hast du noch? Einladen. Ziegeln. Ist das nicht unser Platz hier oben, oder nicht? Ja. So, fertig. Ha! Klingt so gut mit Auto mal. Oh, oh. Ich... Ja, ich wusste nicht selber, aber... Es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gesund aus. Warum? Vielleicht ist es schon wieder so aussieht, dass es Buggy ist. Nö. Wir sehen. Ey, das ist eine Palette da hinten. Eine Baugerust. Abius, was machst du gerade? Baggerfahren. Ja, so. Ähm. Ich muss mal drüber sprechen. Hast du dich kein Drift gesehen? Aber ich glaube, ich kann auch gerne drüber sprechen. Hübsch. Was hast du deinem Leben damit gesehen? Ich weiß. Das ist neidisch, der Jiggy. Ja. Hallo? Kipps, bitte, Kass. Warte kurz. Kass! Wir brauchen vier Paletten ziehen. Ich hab mir so eine geladen. Hübsch. 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 Warte mal, gar nicht mal hier. Fahr einfach mal Bagger unten rein. No, B. Ja, nee, reicht so, oder nicht? Ja. Ja, bestimmt. Sonst komme ich nicht hoch, Digga. Sonst komme ich nicht dort. Ja, muss auch sie auch rückwärts sein. Ne? Ja, ja, Schluss. Doch, ich kann es nehmen. Ich kann es nehmen. Wir sind glücklich. Ja, ich mach mich schon. Du bist so... Vergila hat erst mal nur ab und dann, ähm, lässt du ihn nochmal fahren. Ja. Nein, das gehört gleich hier hin. Das bringt eh nix. Da komme ich gar nicht hin, Digga. Aber komm, ich lade einfach nur ab. Oh, Mann. Gut, aber meine Freunde, ich würde sagen, das war's für ein bisherige Folge. Wir haben's für die Folge gefallen. Alles gerne, glaube ich. Schaut euch bei den anderen vorbei. Bis dann im Traum. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ähm. Ich ver...